Hi und herzlich willkommen zu einem Rätsel, das ihr entweder sehr schwer oder sehr leicht finden werdet. Irgendwas dazwischen gibt es normalerweise nicht. Und wir finden jetzt heraus, zu welchem Typ ihr gehört. Das Rätsel heißt das Hühnerrätsel und es verrät uns, dass Hahn den Wert 1 bekommt, Henne plus Ei den Wert 2 und Hahn plus Henne plus Ei den Wert 3. Und eure Aufgabe ist es jetzt, mir zu sagen, welchen Wert dann Spiegelei bekommen wird. Und um es ein bisschen leichter zu machen oder vielleicht auch schwerer, habe ich euch drei mögliche Antworten zur Verfügung gestellt. Entweder 4 oder 5 oder 6. Eine dieser drei Zahlen ist der passende Wert für Spiegelei. Macht mal das Video auf Stopf und schaut mal, ob ihr es herausfindet. Ich gebe danach wie immer ein paar Tipps und ihr werdet sehen, ihr werdet darauf kommen. Tipp Nummer 1. Eine vierte Info gebe ich euch noch. Hahn plus Henne plus 2 Eier. Das würde 4 ergeben. Nächster Tipp. Das verrät aber schon viel. Also Hahn plus Henne plus 3 Eier würde am Wert nichts ändern. Es wäre nicht 5, es wäre weiterhin 4. Oder auch Hahn plus Henne plus 5 Eier würde auch nichts ändern. Aber Hahn plus Henne plus 8 Eier, das wäre dann tatsächlich schon 6. Und jetzt überlegt mal, was wohl Spiegelei ist. Größter Tipp, den ich euch geben kann, Grundschulkinder, die überhaupt nicht lesen können und gar nicht wissen, was das Wort Spiegelei bedeutet, wie man das schreibt und so, die können das oft besser lösen als Erwachsene. Ja und damit kommen wir zum letzten Tipp und dann habt ihr es glaube ich auch, das Wörtchen das, das würde den Wert 1 bekommen. Das Wörtchen Hühner würde übrigens auch den Wert 1 bekommen und das Wörtchen Rätsel würde den Wert 2 bekommen. Und warum? Weil ihr zählen müsst, wie viele Lücken es hat, also wie viele umschlossene Flächen. Es ist also mehr ein Deutschrätsel als ein Mathe-Rätsel. Ihr müsst einfach nur sozusagen nach der Anzahl der Löcher in den Worten gucken. Und dementsprechend hat das Wort Spiegelei 1, 2, 3, 4, 5 auch den Wert 6. Und das Kreuzchen muss hier hin. Eigentlich total einfach, ne? Kann man auch Kindern gut stellen, das Rätsel. Weil wenn man es einmal gesehen hat, ist es total offensichtlich, wenn nicht, dann ist es quasi unlösbar. Für mehr solche Rätsel empfehle ich euch übrigens die Playlist, die ich hier zusammengestellt habe. Und für ein Rätsel, das besonders gut für Kinder geeignet ist, schaut doch mal da oben drüber rein. Ganz viel Spaß beim Rätseln und bis ganz bald. Ciao! Ciao!